hallo und herzlich willkommen zurück zum bus simulator 18 ja wir befinden uns immer noch im tutorial und wir sollen eine neue strecke erstellen mit einem mit einem weg über nacht so da müssen wir mal schauen klicken hier um die streckenabkürzung zu ändern wir sollen hier unten drauf klicken ich weiß nicht genau wie viele ich glaube vier musste man mindestens haben dann würde ich mal sagen wir fangen hier an gehen nach data data da ja das sieht doch eigentlich ganz gut aus würde ich sagen speichern dann ist das in der liste gespeichert genau und die nacht werde ich wahrscheinlich einstellen können wenn ich die fahrt beginne oder ja genau wetter und tageszeit nacht wir sollen ja in der nacht fahren den rest lasse ich mal einfach so auf standard und dann starten wir die stricke so jetzt muss man eben schauen die zündung ist noch aus nur genau ist jetzt an oder ich glaube die zündung war auch generell an ich wollte jetzt hier eigentlich gar nicht rausgehen so handbremse raus und wir müssen gerade ausfahren das problem ist sie jetzt hier gerade gar nichts okay irgendwas oder habe ich jetzt die handbremse angemacht ach ich habe die handbremse angemacht okay die war also eigentlich schön ja natürlich gerne eine tageskarte auf standard kommt sofort gerne noch jemand anscheinend nicht aber ich muss ihre fahrgarten mal eben kontrollieren da hier na klar dankeschön dankeschön wir haben so viele schwarzfahrer in letzter zeit gehabt das tut mir wirklich leid so ich sehe nichts im rückspiegel also auch keine 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 scheinwerfer dann fahr ich einfach mal mal gucken muss da dann gleich links rein aber vorher ist noch die haltestelle ja und ich muss auch an der nächsten strecke halten also nehme ich mal an dass das deswegen jetzt gerade gepiepst hat ja ich weiß ich bin leicht auf den randstein gekommen ich habe es auch schon mitbekommen bitte steigen sie alle vorne ein ja aber natürlich doch gerne eine einzelkarte im standard modus kommt sofort 1 2 3 zack und 80 zurück gerne 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 so es tut mir leid es sind hinten leute eingestiegen die müssen kurz kontrolliert werden hier bitte dann habe ich ihnen schon gezeigt ja entschuldigung habe ich auch der blick da hier bitte dankeschön dankeschön es tut mir wirklich leid es sind so viele schwarzfahrer unterwegs in letzter zeit so ich hoffe da kam keiner ich habe zumindest nichts gesehen das ist alles so dunkel ist schrecklich nord speichel die frage ist jetzt nur da bin ich nämlich schon mal drauf reingefahren bei den 23 runden die ich privat gedreht habe das war nämlich hier glaube ich genau das sieht nämlich immer so aus als ob man da rein fährt habe ich hier vorfahrt ich bin mir nicht sicher ich knall einfach mal durch doch ich hatte vorfahrt was wie wieso habe ich kein licht dann gehabt aber vielen dank dafür dass sie mich darauf hingewiesen haben vielen dank kommen sie bitte alle vorne raus rein ich weiß nicht ob ich mit dem fahrrad nicht doch schneller wenn sich alle nach vorne gesetzt normalerweise alle die keine fahrkarte haben setzen sich ja nicht nach vorne so einmal dankeschön bitte danke danke habe ich eure schon gesehen ich bin mir nicht sicher bitte die anderen habe ich schon kontrolliert was ist mit dir hatte ich deine bitte ich glaube nicht ich glaube die anderen sind alle rausgegangen ihn habe ich schon kontrolliert glaube ich zumindest ok dann geht es weiter ich dachte er hat etwas vergessen ich habe gelernt über die begrenzungshügel wird langsam gefahren manchmal mache ich das auch privat ja ist ja gut ich sehe mit so einem großen bus doch nicht ob ich hinten irgendwo gegen böller dagegen fahre so ich bin mir nicht sicher ob jetzt gerade eben einer geklingelt hatte ich gehe jetzt einfach mal hier ran möchte jemand raus möchte jemand raus nein ok dann nicht ja wenn ich jetzt weiß wie ich da fahre aha bin mir nicht sicher doch ich bin noch auf der vorfahrtstraße ich knalle einfach mal hier durch jetzt will aber auf jeden fall jemand raus beim nächsten mal also ihr seht schon unten so ein bisschen an der an dem Lenkrad das ist so ein bisschen blöd zu lenken gebe ich zu moment, 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 moment vorfahrtgewehren ich bin Bus, ich habe immer Vorfahrt vor allem ich bin Bus wie war das wie war das äh imbissdeutsch oder wie hieß das nochmal bei diesem einen wobei das war ja äh ich bin die Pommes, du das Schaschlik so ich bin Bus ich bin Bus und ich muss anhalten das ist wie bei Groot, genau wie was stinkt denn hier so, hallo? die arme Oma kann doch nichts dafür beleidigen Sie hier nicht meine Fahrgäste so, hinten ist einer eingestiegen ich brauche eine Fahrkarte ja, gerne gerne, gerne gerne für eine Woche als Senior ja, die Senioren, die fahren nicht schwarz, ne? die bezahlen immer schön bei mir kann ich mit einer Fahrkarte haben? ja, natürlich Einzelticket im Standardmodus bitteschön danke gerne, gerne kommt da noch einer? die darf hinten einsteigen nö, dann nicht okay gut ich habe gesehen, Sie sind neu hier nein, ich habe sie vergessen aha aha so, so ich habe da genau drauf geachtet ich glaube, sonst ist keiner mehr reingegangen das ist der erste, den ich erwischt habe nebenbei bemerkt ähm ja, dann fahren wir jetzt mal weiter 120 Euro Bußgeld weil der Kerl keine Fahrkarte dabei hatte das ist schon krass bitte alle aussteigen ja hm soll ich dem jetzt während der Fahrt sagen, dass er die Musik nicht so laut hören soll? weil die nächste Haltestelle ist ja schon die, die ach komm Moment Hallöchen Dankeschön ich kann so nicht fahren ich kann so nicht fahren so geht das nicht so erstmal Blinker wieder dann fahren wir mal weiter schon wieder so ein dämlicher Begrenzungsflügel so der hat zwar eigentlich Vorfahrt, aber ich denke mal nicht, dass der hat der mega hallo? hat der mir hier gerade die Stube gegeben? ja das Endstation halte ich sowieso keine Sorge was ist denn das hier für eine Kurse? was habe ich mir hier für eine Strecke gemacht? das ist ja schlimm Moment hier muss ich stopp hier muss ich rechts Entschuldigung ich bin ich bin Bus haben wir es wieder ich brauche ein bisschen mehr Platz also ich bin doch ganz ehrlich es wäre wahrscheinlich nichts für mich so ein Bus tatsächlich in der Realität zu fahren also nicht weil ich kein Auto fahren kann oder so da habe ich absolut keine Probleme mit muss ich hier rein? muss ich hier rein? muss ich hier rein? muss ich hier rein? ich glaube ja oder? hinten ist ein Bushaltesteller ist das die Endstation? doch das müsste es sein sondern weil ich einfach keine Lust habe hier so ein riesen Monstrum zu fahren bitte alle aussteigen bitte aussteigen bitte aussteigen ich wünsche ihnen noch eine schöne Nacht einen schönen Abend und eine schöne Restnacht das sieht schon fast aus wie der nächste Morgen so dann können wir hier erstmal zumachen und zur Endstation fahren nicht zur Endstation zur ähm zur Garage wie heißt das? ja zur Garage ja blinken das kann ich das mache ich jedes Mal Endstation Endstation Nein das zählt auch wenn ich dann alleine bin oder? muss ich dann auch was abbremsen? ich meine ich würde jetzt hier einfach so durchdonnern also das wäre mir sowas von egal achso nee links ah Hallo geht's noch? das Arschloch sieht dass ich hier reinfahre? was war das denn gerade? Führerschein in der Lotterie gemacht oder was? ich habe einen Blinker raus ich fahre hier drauf und der will mich überholen in dem Moment geht das noch? haben sie doch nicht mehr alle die Leute hier ganz ehrlich so jetzt kann ich Ende drücken wir haben ein Level ab du hast neue Gegenstände freigeschaltet neues Wrapp neues Dekal und neue Farbe keine Ahnung was ein Wrapp oder ein Dekal ist aber geil so wir haben 4 von 5 Sterne Kollision ja ich bin einmal gegen den gegen den Pfosten glaube ich gefahren als ich rechts abgebogen bin und wir haben ein Teil des Geldes wieder reingeholt indem wir den Schwarzfahrer kontrolliert haben sehr schön und sind auf Level 2 damit kann man übrigens wenn ihr diese Bushaltestellen anfahrt damit könnt ihr dann auch entsprechend die Bushaltestellen leveln wenn ich das jetzt richtig sehe sind die jetzt alle schon auf Level 4 oder was das geht aber richtig schnell ab hier das ist ja richtig klasse ja das ist unsere tolle Übersicht wir haben eigentlich ein ganz gutes Einkommen denke ich mal Wartung Wartungskosten sind wahrscheinlich immer drin wie komme ich jetzt zurück auf den Streckenplaner so neue Strecke erstellen ja und nun was sollen wir denn machen wir haben ja noch ein i wir müssen den Bus noch lackieren fahre die bestehende Strecke bei Nacht ach so okay Moment die bestehende abbrechen ja ja aber ich hab die doch gerade bei Nacht ja toll welches war denn jetzt das was ich jetzt hinzugefügt hatte das ist das hier glaube ich und das ist die normale Strecke dann würde ich sagen beginnen wir die noch einmal machen wir das nochmal eben hier in dieser Folge bei Nacht genau ich hasse Nachtfahrten aber egal heute ist ein nationaler Feiertag mehr Leute werden den Bus nehmen als üblich und wahrscheinlich werden auch mehr schwarz fahren nehme ich mal an wir haben wir haben Licht an eigentlich ist alles soweit okay da muss ich mich dran gewöhnen dass ich nicht erstmal alles einschalten muss weil ich denke dann immer erst dass ich alles einschalten muss deswegen habe ich das auch vorhin so gehabt dass die Handbremse gekriegt wurde guten Tag ja kommt sofort Einzelticket auf Standard halt doch mal die Klappe ich bin mich ja gerade am unterhalten ja es sind drei glaube ich reingekommen die nicht bezahlt haben einmal für den Senioren bitteschön danke gerne gerne einmal eine wöchentliche Standard Fahrkarte bitteschön natürlich eine wöchentliche Standard Fahrkarte kommt sofort so die Damen und Herren sind wir auch alle schön angeschäkert hier wir wollen mal die Fahrkarten mhm Dankeschön ja ja Dankeschön oh nein ich habe sie verloren da Dankeschön Dankeschön achso klar Dankeschön ich kann es glaube ich auch schneller machen ja es tut mir leid na klar ich glaube nicht dass die Omas hier ich habe sie vergessen aha dein Gesicht merke ich mir klar hier bitte wo hab ich denn also ich bin ganz ehrlich für mich sehen ja alle gleich aus hier bitte deswegen merke ich mir das Gesicht nicht aber ich glaube die Omas muss ich nicht so kontrollieren denke ich mal so da kommt ein Auto das sehe ich mal so dann müssen wir da gerade aus zwei Schwarzfahrer erwischt ich habe es doch gewusst ich habe es gewusst ich lasse die Leute am besten wirklich nur noch vorne einsteigen damit ich kontrollieren kann wie viele reingekommen sind und wer neu reingekommen ist das muss ich dann so ein bisschen im Auge behalten dann kontrolliere ich nämlich immer genau die Leute die keine Karte bei mir geholt haben es hat gedingelt das heißt wir müssten sowieso ich meine wir halten ja sowieso in der nächsten Haltestelle nach da hinten ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben Winter der Leidenschaft eine Ziege jetzt habe ich schon wieder den Randstein absolut pünktlich danke sehr warten jetzt alle ja natürlich sie bekommen eine Einzelfahrkarte für die Senioren bitteschön ich brauche einige Fahrkarten bitte eine Einzelfahrkarte Standard zwei Stück bitteschön danke danke was der wollte keine wer ist die Schwarzfahrer hier der eine achso ich muss die Rampe wieder reinziehen der eine ist hinten doch bestimmt auch so meine Damen und Herren ich muss sie nochmal alle kontrollieren ja macht nichts hier ist die Fahrkarte hier bitte wo hab ich denn ah oh Augenblick na klar ja ich glaube nicht dass er mich hier bescheinst wie oft wollen sie die denn noch sehen hier ja jede Fahrt jede Haltestelle über sie haben meine Fahrkarte schon gesehen hab ich schon na klar hab ich ihnen schon gezeigt wo hab ich den Augenblick ok muss ja alles hier richtig statt vonstatten gehen so wie das ein richtiger Busfahrer macht ich blinke und fahr sofort nein aber da muss ich ganz ehrlich sagen das habe ich auch schon mal öfter gehabt dass dann der Busfahrer in dem Moment wo er anfängt zu blinken plötzlich direkt ausschert ich weiß nicht ob die dann noch am pennen sind oder so oder ob das dann DNA ist so nach dem Motto ich hab Vorfahrt so wie ich jetzt hier im Spiel ich hab Vorfahrt und Knallgas ungefähr ich glaube ich war auf der Vorfahrt ja genau ich war auf der Vorfahrtsstraße sehr schön ja ich suche halt noch die alte Stelle ich hab sie aber gefunden ja darf ich vielleicht erst mal stehen bleiben danke dass sie so pünktlich sind kein Problem es ist grad sehr unübersichtlich hier kann ich bitte eine Fahrkarte haben ja natürlich gerne Einzelstandard bitteschön Danke Danke Eine Fahrkarte bitte Gerne Einmal eine Tageskarte für eine Studentin sehr schön Ach du Schöner Ich hab gerade eine Nachricht bekommen Was ist Beethovens Danke Was was ist Beethovens Eine Fahrkarte bitte Einzelstandard Gerne Ich könnte sowas echt in echt machen habe ich so das Gefühl Es tut mir leid Kontrolle 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 Naja dann war sie's doch Hi Das war die Seniorin Dich kontrolliere ich mal nicht Wie oft wollen sie die denn noch Ja bei jedem Mal wenn ich hier drin bin Ja Macht nix Ich hab ihnen meine Macht nix Ich hoffe das wird nichts abgezogen wenn man die doppelt Sie haben meine Fahrkarte schon Na klar Ich hab ihnen Sie haben meine Fahrkarte Wie oft wollen sie Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt Okay Die haben anscheinend alle eine Fahrkarte Das ist gut So soll das sein Fährt der Bus auch nochmal hallo Zu fett Achso wegen der Rampe Hab ich vergessen die Rampe Ich hab die doch eben gedrückt Hä Wieso hat der das nicht angenommen Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich weiß auch nicht wo jetzt gerade hier die Vorfahrt ist Ich seh im Dunkeln überhaupt nichts Aber wir haben die Vorfahrt Okay Ja Man sollte nie zu viel Zeit mit den Hobbys verbringen Man sollte auch mal schlafen Zwischen Gut Vielleicht arbeitet der arme Kerl ja auch da Man weiß es ja nicht So Bitte einmal alle vorne Moment Wo ist meine Tasche Ach Jetzt müssen wir auch noch gucken wo die Tasche ist Oder was Ja aber natürlich Sie sind sehr nett Nicht jeder kauft sich hier eine Fahrkarte Gerne 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 Da läuft einer einfach durch Wer war das? So schauen wir mal eben Da muss doch irgendjemand was vergessen haben hier Hat der da nicht einer gerade gesagt der sucht irgendwas? Da kann ich nichts finden Wer ist denn hier so reingeschlichen? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt Augenblick Dann war das wahrscheinlich die Ja ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Okay Aber wo ist das denn was der Typ jetzt hier verloren hat? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Kann ich ihm auch nicht helfen? Der hat ja gerade irgendwas gesagt von wegen Er hat doch was verloren oder so Ich weiß es nicht Muss er halt nochmal eine Fahrt buchen Um nochmal zu gucken Hier wird nichts umsonst abgegeben Hier muss noch eine Fahrt gebucht werden Ach stimmt das ist Endstation Jetzt habe ich das das erste Mal gesehen Unten links steht das H drin Ah ok Ich bin auf der Vorfahrtsstraße Leute Ich glaube ich habe gerade ein UFO gesehen Das war ich nur Tut mir leid Es war kein UFO Es war nur der Bus Alle raus Schönen Abend Ihnen noch Vor allen Dingen den Senioren Weil da habe ich noch keinen mitbekommen Tschüss Ich habe keinen mitbekommen der hier schwarz gefahren ist Bis dann Wiedersehen Ja wiedersehen Ja wiedersehen Es tut mir leid für die vielen Kontrollen Aber hier fahren so viele Leute schwarz Das geht gar nicht Dann kommen die mal bald raus hier Also vorne mal schon mal zu Die gehen ja alle hinten So Müll aufsammeln Ich habe es doch gewusst Endstation Mal eben nachgucken ob hier noch irgendwas ist Ne sonst ist aber nichts Und zur Sicherheit natürlich immer erstmal die Türen zu machen Das ist ja klar So Dann müssen wir Ich glaube hier durch Okay Der hält Ich weiß nicht warum Weil eigentlich hatte er Vorfahrt Aber okay Habe ich kein Problem mit Falls ihr euch irgendwie angeschrien fühlt Boah das war jetzt aber Den nehme ich diesmal nicht mit hier Äh das ist nicht weil ich euch nicht mag oder so Sondern einfach nur weil meine Stimme noch komplett im Eimer ist Und dann habe ich immer das Gefühl ich muss schreien damit man mich überhaupt irgendwie hört Weil wenn ich normal rede kann das auch schon mal sein dass man mich gar nicht mehr hört Je nachdem wie viel ich da vorgesprochen habe So Ich glaube das war die Strecke wo ich nach links abbiegen muss oder? Also so einbiegen muss Wie gesagt ich weiß nicht ob man das auch noch machen muss wenn keine Leute drin sind Ja nach links Jeder kommt jetzt wieder ein Lkw und will mich von links überholen Nein Ich habe nicht geblinkt beim geradeaus fahren ich habe geblinkt beim links abbiegen du Idiot Was war denn das jetzt? Wieso habe ich dafür Abzug bekommen weil ich geblinkt habe weil ich hier rein fahren will Das muss mir jetzt aber mal einer erklären Das muss mir wirklich mal einer erklären So Dankeschön Yes Ich habe den Bordstein erwischt und angeblich den linken Blinker angelassen Obwohl klar habe ich den linken Blinker angelassen weil ich wollte ja links abbiegen was ich dann auch gemacht habe Aber wir haben zwei Errungenschaften bekommen eine perfekte Strecke was auch immer das bedeutet Und wir haben sogar zwei Schwarzfahrer erwischt Ne Hä Wir haben einen Schwarzfahrer Achso Wir haben einen nicht erwischt Ja das war bestimmt wo so viele Leute drin gewesen sind So Ja am besten kontrolliere ich die alle dann nochmal Das wäre wahrscheinlich besser weil es gibt soweit ich das jetzt hier sehe keine Negativpunkte dafür dass ich die zu oft kontrolliert habe Die sind dann zwar so ein bisschen wie oft wollen sie meine Karte denn noch sehen Sollte sie einfach draußen lassen ich meine mein Gott wenn die wissen dass ich ständig kontrolliere warum nicht Ähm Wir haben unsere erste Ähm Bushaltestelle aufgelevelt Das kam auch gerade hier unten rein Ich vermute mal das heißt dass wir die jetzt auf 5 haben Oder Weil wir auf Level 2 gekommen sind Aber das kann es glaube ich nicht sein Ich weiß es nicht was ist das hier Nun können weitere Fahrer diese Bushaltestelle bedienen Ah Ich habe glaube ich irgendwo mal was gesehen dass man welche einstellen kann Das ist richtig So 15.000 ich glaube eben hatten wir mehr oder wir hatten 18.000 oder so Ja gut ein Schwarzfahrer was will man da jetzt auch erwarten Haben wir denn wenigstens ja wir haben fahre die bestehende Strecke bei Nacht haben wir auch abgehakt Ähm die bestehende Strecke erweitern Und dann fahre die erweiterte Strecke So dann würde ich sagen dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir das dann in der nächsten Folge machen werden dass ich dann da die Strecke erweitern werde und wir die dann fahren aber hoffentlich bei Tag weil in der Nacht sehe ich irgendwie überhaupt nichts mehr Ich finde das ist das schlimmste in der Nacht fahren oder eventuell auch ähm äh bei starken Regen fahren das habe ich nämlich auch in einer der drei Fahrten gehabt das fand ich wirklich schrecklich Ja es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht ich freue mich jedes Mal wenn ich einen Schwarzfahrer erfischt habe Weil ich das nämlich zum Beispiel in meiner privaten Runde so gar nicht gemacht habe Es hat mir aber auch keiner erklärt muss ich dazu sagen Also ich habe dann ähm mal geguckt was der Unterschied ist zwischen dem Bussimulator 18 und 21 und dann habe ich da so ein bisschen durchgeguckt Also ein bisschen durchgeklickt bei zwei Videos Beziehungsweise eigentlich war es nur ein Video glaube ich mit der 21 habe ich geguckt Und der hat dann nämlich kontrolliert und ich denke ach so man kann ja auch kontrollieren Und das habe ich jetzt das erste Mal gemacht heute beziehungsweise in der letzten Folge glaube ich auch schon und das hat wunderbar funktioniert Ja lange Rede kurzer Sinn ich hoffe ihr hattet wenigstens Spaß Und ja auch wenn es immer das gleiche ist wie ich ja schon in der ersten Folge gesagt habe es ist doch irgendwie immer wieder anders Und fragt mich bitte nicht warum ich bin gerade so angefixt von diesem Spiel Ich würde mich auf jeden Fall freuen wenn ich das noch ein bisschen länger mit euch spielen kann Wie gesagt schreibt mir in die Kommentare ob ihr möchtet dass ich das ganze weitermache Ich werde das Tutorial auf jeden Fall noch zu Ende bringen und dann werden wir mal sehen wie groß das Interesse ist Dementsprechend werde ich dann entweder noch weitermachen noch weiter aufnehmen Oder halt das ganze privat weitermachen und nur das Tutorial abschließen Bis zur nächsten Folge Ciao Vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren